Mein Name ist Thorsten Hahn, ich bin CEO der Holzem Deutschland Gruppe und freue mich als Kennedy Teil von Madasta zu sein. Recycling von Baumaterialien, insbesondere von Beton, liegt uns sehr am Herzen und ich stehe hier heute in unserem Transportbetonwerk in Düsseldorf, wo wir schon seit langem Recyclingmaterial einsetzen. Beton wird hergestellt aus Zement, das wir in unseren Zementwerken herstellen, aus Gesteinskörnung, das aus unseren Kieswerken und unseren Steinbrüchen kommt und mit Wasser zusammen ergibt das ganze Beton. Beton selber ist regional verfügbar und ist demzufolge auch sehr wirtschaftlich. Erfolgreich ist es auch, weil Beton sehr dauerhaft ist, so werden Infrastrukturprojekte heute auf über 100 Jahre bemessen. Beton hat sehr viele Vorteile, aber auch einen entscheidenden Nachteil. Über den Zement bekommen wir einen relativ hohen CO2-Fußabdruck rein. Wir bei Holzem Deutschland haben uns zum Ziel gesetzt, diesen CO2-Fußabdruck nicht nur zu minimieren, sondern am Ende auch auf Null zu bringen. Mit unserem Eco-Pakt sind wir heute schon in der Lage, gegenüber einem herkömmlichen Transportbeton den CO2-Gehalt um zwei Drittel zu reduzieren und in Zukunft wollen wir natürlich auf Null kommen. Neben dem CO2-Gehalt im Beton, den wir uns annehmen, ist aber auch Recycling sehr wichtig für uns und insbesondere natürlich Beton-Recycling ist für uns sehr wichtig. Warum? Beton nimmt über seinen Lebensdauer auch CO2 auf. Diesen Prozess, das ist ein chemischer Prozess, nennen wir Karbonatisierung, wo CO2 wieder mit dem Beton zu Kalkstein umgewandelt wird. Der Prozess findet kontinuierlich statt bei allen Betonen, die wir in der Welt heute verbaut haben, aber er nimmt über den Zeitraum immer weiter ab, weil die Oberfläche immer dichter wird. Durch Recycling-Zuschläge sind wir in der Lage, am Ende des Lebensdauer eines Gebäudes den Beton zurückzugewinnen, ihn zu zerkleinern und das Material so künstlich weiter zu karbonatisieren. Das heißt, wir können CO2 in den Beton speichern. Das ist ein Ziel, das wir uns gesetzt haben und daher ist es für uns ganz enorm wichtig, dass wir in Zukunft nicht nur wissen, wie viel Beton in einem Gebäude ist, sondern auch welche Güte dieser Beton hat. Und wir freuen uns gemeinsam mit den anderen Partnern, den anderen Kennedys, das Bauen neu zu denken. Vielen Dank.